Du Scheißknecht Which Logo is right? The hardest Football Logo Quiz you'll ever take 11 Minuten, Digga 50 Teams, das wird so teuer Du musst entscheiden, oah Wir machen 1 ist links, 2 ist rechts Und ich mach immer bei einer Sekunde Stopp Oder wir machen Hardcore und nach einer Wir haben nur 3 Sekunden Zeit Und dann drücke ich Stopp Du hast ja Vorteil dann 3, 2, 1, 2 Würde ich mal so behaupten Das wird ganz teuer das Video hier Oh mein Gott 3, 2, 1, 2 1, oh mein Gott Ich glaub 1 war Das ist doch nicht rot, oder? Keine Ahnung Oh mein Gott Na perfekt 3, 2, 1 1 1 Immer noch ein Tor Da wird nicht so teuer Weil wir so oft nicht das 1, 2, 3, 2 Was hast du gesagt? 2 Chatsfragen ist immer das Teure Friede muss 40 Subs verschenken 3, 2, 1 1 Ich muss erstmal einen Schritt zurück gehen Weil ich das überhaupt erkenne Ich hab bis jetzt alles richtig Boah Da wirst du nicht richtig sein 3, 2, 1 2 1 2, 2, 1 2, 1 2, 1 1 Jetzt hab ich aber richtig Das muss richtig sein Ja 3, 0 3, 0 Oh mein Gott Das weiß ich Das weiß ich auch nicht 3 2 1 1 Guck mal wie schlecht die 6 da drin ist 3, 2, 1 1 1 Mann 3, 0 für Illigala 3, 2, 1 1 1 Das war schwer 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 1 1 1 Ok 3 2 1 1 Digga Das Blau passt doch da nicht hin Ich weiß aber ich glaub deswegen ist es dort Let's go 3 2 3 2 1 2 1 2 1 Ist das so? Ja 3 3 3 2 1 2 2 2 BVB 0 8 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Ich wusste es nicht Es ist voll viel geraten Ich sehe keinen Unterschied Woher soll man das wissen? 3 2 1 1 2 Gönn Jawohl! Der holt ein 3-0 auf! Wer ist das denn? 3 2 1 2 1 Save nicht 2 Gönn Ja! 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 Nee, vier vor. Drei, zwei, eins. Eins. Zwei. Zwei sind so weird aus. Wenn die ein rotes F haben, dann ist der Designer lost von denen. Ja. Junge, es kann doch nicht sein. Fünf vor. Drei. Zu Pause. Drei, zwei, eins, zwei. Sechs vor. Juhu. Drei, zwei, eins, eins. Zwei. Wo ist denn der Unterschied? Das ist so gekrümmt. Was ist jetzt? Wie viel steht es? Fünf. Fünf, glaube ich. Fünfer. Ach so. Wo ist denn da ein Unterschied, Digga? Pause, Pause, Pause. Junge. Zu spät, ich weiß nicht. Fünf vor. Steht. Janik und Moritz, danke für die Subs. Pause. Drei, zwei, eins. Eins. Zwei. 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 Bitte, 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 bitte. Wie soll er sonst auf, warum sollte er sonst auf SS kommen? Wenn wir uns zur Versorgung sind. Sechs vor. Sechs vor, ne? Drei. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Und sieben vor. Die Affen sind bei mir schon wieder im Kopf. Zwei. Zwei. Ich schwöre, die klatschen schon. Zwei vor, Jungs. Was ist denn da ein Unterschied? Siehst du was? Hallo, 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 jetzt. Hallo? Ich hatte zwei. Ich habe nichts gesagt, also bei mir kann kein Counter. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Fehlt das? Nein, natürlich nicht, ich habe keinen Punkt. Achso. Hilfe. Drei, zwei, eins. Eins. Wie viel steht es denn? Sieben vor hast du, ne? Sieben vor. Dinger, die Affen sind so am Rundcatch bei mir im Kopf. Sie sind da so am rumklatschen. Irgend gestreikt. Ich sehe nichts. Drei, zwei, eins, zwei. So teuer heute, wirklich. Drei, zwei, eins, zwei. Vor allen Dingen, es kommen noch 15. Wo weißt du das? Achso, das kommt krass. Uff. Drei, zwei, eins, zwei. Zwei. Hä? Wie schnell wusstest du das? Ich bin mir müß nicht sicher. Jetzt, wo du es sagst. So. Ja, okay. Teurer Stream heute, ja. Drei, zwei, eins. Eins. Zwei. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ne. Ne. Acht vor. Drei, zwei, eins, eins. Aktuell ist es ein 40er Lachs. Acht vor. Das ist quiz, ey. Drei, zwei, eins, eins. Kent. Ah, ist das eine bittere Pille, Chad, wirklich heute gerade. Aufwachen, ey. Die Dicke, Alex, die sind in meinem Kopf. Drei, zwei, eins, zwei. Mach den Fofi voll, als Maulgeld. Drei, zwei, eins, zwei. Oh, ich habe fast eins gesagt. Aber ich glaube, zwei ist richtig. Was hast du denn gesagt? Zwei. Drei, zwei, eins. Eins. Digger, wenn du es nicht weißt, da kannst du nicht lächeln gehen. Blaue Krone, Digger. Ehemaliger Eli Madrista auf Instagram. Elias Madristi Madrista. Ach, der Madrista. Schalke. Drei, zwei, eins. Eins. Keine Antwort von dir. Ich habe eins gesagt. Genau gleichzeitig. Drei, zwei, eins. Eins, zwei. Fuck, ich dachte eins, ich weiß es, sage ich sogar. Und dann habe ich noch auf zwei geswitcht. Es ist zwei, es ist zwei. Wichtig. Sieben vor. Drei, zwei, eins, zwei. Zwei. So, ich muss hier noch zwei Punkte machen, dann ist es okay. Fünf Gift-Subs. Das ist okay. Ja, die neue, danke schön für deinen Prime-Sub. Ist okay, zwei Stück. Drei, zwei, eins, zwei. Digger, bitte sag mir, dass da noch zwei kleine Bäume da hinten noch da sind. Zwei letzte Sekunde wieder hoch ist. Ach, 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 ach. Super. Acht vor. Äh. Zehn nichts. Das ist ja auch nichts. Drei, zwei, eins, eins. Der gold sieht die lost aus. Jawohl. Oh, sieben. Zehn nichts. Drei, zwei, eins, eins. Zwei. Sporting-Club, Sporting-Club, bitte. Ach so. Mann. Ich habe sogar eins gesagt. Acht vor. Drei, zwei, eins, zwei. Das ist wohl kein 50er, Lachs. Das ist ein anderer. Das wird wenigstens kein 50er, Lachs, Chad. Noch zwei Dinger. Ach so, warte mal. Doch, es kann noch ein 50er werden. Drei, zwei, eins. Eins. Okay, das ist kein 50er, Lachs. Ich glaube, das ist zwei. Oh, perfekt. Okay. Drei, zwei, eins, zwei. Danke, die Geiler für sieben Giftsabs. Ach, ein 50er Giftsabs. Das hast du hier. Everything has changed. Every day. 24-7, you call my name. And I will come running, yeah, every day. 24-7, yeah, every day. I will come running, babe. I will come running, yeah, every day. I will come running, yeah, every day.